Moin, Wolf bei der IP hier mit einem neuen Infovideo-Dingsbums. Ja, was ist denn jetzt eigentlich schon wieder los, dass du schon wieder ein Infovideo machen musst, als hätten die letzten tausend nicht gereicht, als dein Laptop kaputt war. Ja, genau darum geht's. Ne, mein Laptop ist nicht schon wieder kaputt. Aber er ist wieder ganz. Und was wollte ich machen, bevor der Laptop kaputt ging? Wir erinnern uns dunkel, ich wollte irgendwann mal den 250 Abos Livestream machen. Ja, inzwischen sind es schon wieder knapp 300, also machen wir einfach einen 300-Abo-Livestream draus. Ich hab mir gedacht, den machen wir, ähm, machen wir sechs Tage vor meinem Geburtstag. Ja, machen wir Freitag den dritten. Freitag den dritten Livestream. Ich würde sagen, wir beginnen den Livestream so 17, 18 Uhr. Also 17 Uhr beginnt Pre-Stream, dann kommt bis 18 Uhr, wird halt so ein bisschen rumgedaddelt mit allen, die ich finden kann, die mitmachen. Und 18 Uhr ist dann richtig Livestream. Passt euch das? Ich weiß es nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, ob euch das passt, ob's euch nicht passt. Es wird nochmal ein Infovideo kommen, dann Montag. Und Mittwoch dann auch nochmal, um hinzuweisen. Und dann Freitag kommt noch die Bestätigung, jetzt ist Livestream. Nee. So, gut Leute. Das war's auch schon wieder. Bis zum Livestream. Oder bis zu einem Projekt von mir. Bis dann, euer Wolf. Bis dann, euer Wolf.